Angst Die Konditionen unserer Tage, ja sie wirken. Aus allen Nischen hören wir von Furcht und Angst greift vielen Herzen an. Sie ist das wahre Virus dieser Zeiten, bedroht ganz unbewusst der Masse Lebenslust. Sie kommt von Enge, dem Worte gemäß und erschafft bildlich in manchen Gehirnen, Trübsal und dunkle Visionen. Sie ist gewollt, sonst hätte sie nicht diese Macht, die Menschen überall zu quälen. Angst verzehrt die Hoffnung, lähmt den Geist. Ist die Gefahr real und greift nach deinem Leben, schenkt sie Kraft und starke Energie. Diese Angst von der ich rede, ist tatsächlich konstruiert und keine Furcht, Natur gegeben, um zu schützen. Sie ist der Matrixquelle zwangsentbunden, verstärkt und aufgeblasen durch des Teufelsdiener. Lebenskrisen und Gefahr begleiten jeden Menschen. Bedrohlich sei, was dich bedroht und nicht was Fremde in dich zwingen. Komm Verstand, nun werde wach. Die Panik möge von dir weichen, sonst fällt alles in den Bach und niemand kann den wahren Sinn erreichen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020